Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. So, hier wieder im Burlak, den wir versuchen müssen hier wegzukriegen, weil wir ja nicht geradeaus rauskommen. Und ich hab mir gedacht, ich nehme den kleinen mal aus dem Weg. Schauen wir mal, ob das hier klappt, wie ich mir das denke. So, okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich parke den mal da oben auf dem Felsen. So, da ist natürlich keine Handbremse drin oder was. Ja, das ist ja doof. Wäre besser, wenn er auf der Seite liegen würde, hab ich so das Gefühl. So, jetzt steht er natürlich auf den Rädern. Ich will mir einfach mal was seitlich legen und dann steht's auf den Rädern. Sonst sollte das nicht sein. So, ich will, dass du hier liegen bleibst. So, okay, das passt schon mal. So, ja, ich muss hier irgendwie rückwärts raus. Mit dem guten Stück. Ich hab ja probiert, hier durchzukommen. Äh, das geht leider nicht. Also, muss es rückwärts gehen. Das bedeutet etwas Rangierarbeit. Ich hoffe, ich schmeiß den jetzt nicht da runter. Das wäre dann ganz suboptimal. So, ich hoffe, das klappt einigermaßen zügig. Den kleinen schleppe ich dann einfach wieder mit. Na, geht's vorbei? Es geht. Okay. So weit, so gut. Ähm, ich hänge den jetzt einfach hinten an. Vollkommen egal. Würde ich mal sagen. Und ich versuche mal hier irgendwo da lang zu fahren. Ja, das ja, das fängt schon wieder gut an hier. So, wo habe ich jetzt meine Winde verbunden? Ich weiß es nicht. Also, wenn es hier so weiter geht, dann, äh, mache ich das einfach mal, ja. Oh mein Gott. Es hätte so gut klappen können. Aber es will hier einfach nicht. Nun gut. Das hatte mal wieder gar keinen Wert. Dann würde ich sagen, ich lasse den Bullack hier liegen. Genug versucht, den aufzustellen und, äh, die Karre da wegzuschleifen. Ähm. Ich mache was anderes mit euch. Ich habe hier den Zix. Den kleinen. 53, 68. Und ich habe mir gedacht, ich mache die Mission hier unter Spannung. Dann muss man hier hoch. Hierher. Und da klären wir den Wachtturm. Hier, äh, erkunden wir hier mit dem Wachtturm durch die Gegend. Und ich hoffe nur, der hat auch genug Sprit dabei. Fünf Liter habe ich fürs Herfahren schon verbraucht. Ich habe die kleine Pritsche dabei. Weil da oben gibt es anscheinend, ähm, Ersatzteile. Und wir haben noch irgendeine Mission mit Ersatzteilen. So, komm schon. So, meine erste Tour mit dem Zix. Mit dem kleinen hier. Und ich hoffe, das klappt auch ganz gut mit dem. Also, ich bin hier bis jetzt noch nicht gefahren. Einmal aus der Werkstatt raus, geguckt, ob der so eine Gummifederung oder so hat. Und dann die ganze Zeit hin und her schaukelt. Aber das ging eigentlich. Ich dachte, so ein kleines als Servicefahrzeug, ähm, neben meinen Krokodiles. Das geht doch immer ganz gut, ne? Kann man immer brauchen. Und deshalb schaue ich, dass ich jetzt mit dem hier auch mal was mache und auch mal gefahren bin. Bevor ich mich da mit dem Sprittank oder dem Serviceaufbau auf in die freie Wildbahn mache. Um andere Fahrzeuge zu betanken oder so. Und dann mit dem selber nicht wegkomme. So, wo ist der Wachturm? Da oben. So, da geht's schön in die Richtung. Ja, also das mit dem Bullack, äh, bevor ich jetzt da wieder 10, 15 Minuten rummache. Mache ich das einfach offscreen. Ohne euch. Und, Moment. Ich glaube, hier runter wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Also am besten gerade runter mit der Schnauze zuerst und nicht schräg. So ungefähr. Ja, diese Bäume. So, jetzt ist er weg. Wunderbar. Ich hoffe nur, ich komme, äh, mit dem Sprit hin. Für das, was ich mit dem vorhabe. So, aber erstmal der Wachturm. Und dann sehen wir ein bisschen was auf der Karte. Wachturm geöffnet. Ja, alles sehr, äh, eisig und frostig hier. Neue Mission entdeckt. Okay, ja, hier gibt's diese Fahrzeugersatzteile. Die wollte ich eigentlich. Aber das ist ganz schön weit weg. Hier noch so einen Umweg fahren. Ähm, nee, dann lasse ich das. Äh, Moment. Außer. Wir fahren hier hinten rum. Ich glaube nicht, dass ich hier durch den Wald komme. Naja, gut. Wir fahren erstmal hier zum Umspannwerk im Dorf. Und starten mal die Tour. Da muss man mehrere Punkte abfahren. Und dann sehen wir, wie weit uns der Sprit so bringt. Wenn wir natürlich die ganze Zeit, äh, Allrad und Differenzial brauchen, könnte es noch eng werden. So, schön da hochkraxeln. Sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Dann wird es schon wieder dunkel. In der Nacht wollte ich hier eigentlich, hier, äh, auf der Halbins Cola eigentlich nicht rumfahren. Na, was ist denn jetzt? Nächstes Mal gleich weiter zurücksetzen, dann passt's auch. Also, ich muss auch jeden Felsbrocken mitnehmen, der hier auf dem Weg ist. Oder habe ich so das Gefühl? Schon wieder. Also, die erwische ich immer. Egal, wo ich hinlenke. So, den bestimmt auch, oder? Na, diesmal nicht. Erfolgreich umkurvt. So, Gott sei Dank hat er die breiten Ballonreifen. Sonst hätte ich den wahrscheinlich gar nicht aus der Garage geholt. Also, zumindest nicht für hier. Boah, diese Nebelscheinwerfer im Schnee. Echt übel. Sieht man weniger wie... wie ohne Licht. So, wo startet das denn hier? So, einmal angekommen. Stufe abgeschlossen. Okay, wir sollen doch tatsächlich da hinten hin. Na, und hier ist noch ein Mast. Na gut, dann können wir auch die Ersatzteile mitnehmen. Und dann habe ich doch die Befürchtung, der Sprit reicht nicht. Ähm, die Ersatzteile können wir nicht mitnehmen. Wir haben nämlich keinen Kran dabei. Es stand zwar dran, ähm, Krantrag empfohlen. Aber ich dachte, naja, vielleicht... geht's auch ohne. Und da ist eine Station oder eine Fabrik oder irgendwas, wo man aufladen kann. Manchmal... platzieren sie ja... solche Sachen gern irgendwo versteckt hinten an irgendwelchen Stellen. Dem ist diesmal nicht so. Also... können wir das nicht mitnehmen. Hätte ich doch den... kleinen... ähm... Spritttank mitnehmen können. Hätten wir mehr Grip gehabt. Ob es besser gewesen wäre mit dem Gewicht, weiß ich nicht. Hm, vielleicht, vielleicht nicht... hier im... Tiefschnee so... etwas bringen können. Hört auch das Gegenteil bewirken können. Naja. Ja, hier... geht's eh wieder... schlecht voran. Trotz der fetten Reifen. Aber zumindest geht's voran. Also mit dem Scout hätten wir hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr Probleme. Deshalb nehme ich dafür ja bisher immer gern mein Krokodil. Für solche Sachen. Da kommt man dann doch ein bisschen besser voran. Ich wollte hier irgendwo abbiegen, ne? So... nach dem... Na, falschrum. Nach meinem erfolgreichen, äh... Einsatz mit dem Burlak gerade... hab ich schon ein bisschen Angst, mich hier irgendwo... jetzt... im Wald festzufahren, zwischen den Bäumen. Na, komm. Fahr drüber über das kleine Bäumchen. Mein Gott, das... kommt da nicht... Ah, ne. Okay, wir hängen hier vorne mit der Nase. So, wo geht's denn hier lang? Da komm ich nicht hin. Also ich muss etwas links. Passt der hier durch? So zumindest nicht. Hm, ja, ich seh schon. War wieder eine klasse Idee von mir. Wenn ich gerade stehen würde, würde ich vielleicht durchkommen, aber... so jetzt nicht unbedingt. Okay. Kommando zurück. Ich bin ja lernfähig. Und lerne immer dazu. Immer noch. Bei dem Spiel. Und auch dank eurer Kommentare. So, warum soll ich mich jetzt da rumärgern? Ich wäre den halben Weg schon, äh... durch gewesen. Wow, das ist ja ein Hubschrauber. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, wir fahren mal hier irgendwie hier durch. Ähm, die Frage ist, wo geht's hier durch? Oder fahre ich doch da oben lang? Also wenn ich hier den Hang hochkomme, dann fahre ich den Hang hoch. Da oben sind ja dann, äh, weniger Bäume. So, das passt. Kann ich meinen Wegpunkt... Cool. Mit dem Hubschrauber. Oh, hier sind Fahrspuren. Hier ist schon mal einer durchgekommen, vor mir. So, jetzt muss ich meine Markierung wieder umbauen hier. Sonst verfranse ich mich doch... Ja, ich bin schon nämlich im falschen Weg. Deshalb sind hier... Deshalb sind hier Fahrspuren. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung unterwegs. Ich muss da lang... Hä? Moment. Ich bin hier irgendwie lost. Aber komplett gleich. Irgendwie komplett lost. Da habe ich mich hier hochgebissen. Und war schon auf dem richtigen Weg. Und habe es natürlich wieder verplant. Verpeilt, oder wie man es auch nennen will. Irgendwie muss es da durchgehen. Ob wir da noch alle Masten... Also, ich sehe... Die zeichnen hier einen Weg ein. Hier ist gar nichts. Außer Bäumchen. Die sich mir in den Weg stellen. Da über den Felsen soll ich drüber. Na. Wo ist die Mahlzeit? Was hier einen anderen Weg gegeben hätte? Wahrscheinlich nicht. So. Und warum komme ich nicht durch? Muss hier irgendwie gerade drüber kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht nur mit Winde. Und hebt der? Ja, der hebt. Das ist ja schon mal was. So, drüber über den Brocken sind wir. Besser wird der Weg deshalb trotzdem hier irgendwie nicht. Eher noch schlechter. Nämlich so das üble Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie wir es da... Wie es da von da... Na. Sorry. Wie es von hier aus weitergehen soll. Das sind solche Missionen. Äh. Hier durch das Trümmerfeld. muss irgendwie hier hin. Aber wie? Ich probiere es mal über die Brocken drüber. Na. Okay. Ja. Lost im Trümmerfeld. Hier gibt man... Na. Der Mast wieder. Aber man kann hier auch irgendwie nirgends so ein bisschen... ...nebendran vorbeifahren. Und hier sind nicht allzu viele Bäume. Dass ich über die Brocken drüber ziehen kann. Hier ist jetzt dann gar nichts mehr. Hm. Wenn ich hier aufsitze... ...witzt eventuell gar nicht mehr voran. Muss ich mir die kleineren Brocken aussuchen. Und nicht... Ja. Er schiebt mich halt gerne dahin. So was habe ich mir vorgestellt. So habe ich mir das gedacht. Also... Heute ist wieder... Heute ist wieder nicht meins. Sehe ich schon so kommen. Weder mit dem Burlak noch mit dem hier irgendwie. Hm. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hier sonst langfahren könnte. Was hier irgendwie vorwärts geht. Wohl kaum. Zumindest ist er einigermaßen stabil hier auf dem Brocken. Bis jetzt zumindest. Ich habe ihn noch nicht... ...noch nicht hingekriegt, dass er umfällt. Das ist schon mal was. Ich hätte irgendeinen anderen Weg nehmen sollen. Aber die Frage ist halt welchen. Er kommt hier auch von diesen Masten auch irgendwie nirgendwo vernünftig hin, wo... ...nichts im Weg ist, keine Bäume oder irgendwas. Das gibt es doch nicht. Das muss doch irgendwie... ...da lang gehen. Einfach nur noch ein bisschen. Die größten Brocken habe ich ja glaube ich schon hinter mir hier. Ja. Hm. Super Idee von mir. So, ich probiere es jetzt da runter. Aber... ...das war irgendwie klar. Naja. Zwei Punkte Schaden. Ja super, jetzt hänge ich hier in der Pritsche drin. Komm schon, zieh den da rum. Egal wie. Hauptsache du machst das. Oh, okay. Dann brauche ich die Winde jetzt wohl doch nicht mehr. Wenn ich hier... Ich verliere mit diesen Anzeigen auch irgendwie komplett den Überblick mit diesen Masten. Die zeigen immer eine andere Richtung, in die ich fahre. Ja, bis jetzt gefällt mir der Zixi eigentlich ganz gut. Gut, für diese Felsbrocken ist er natürlich nicht gemacht. Ist klar. Und ich weiß echt nicht, ob ich hier überhaupt irgendwie langkomme, wenn ich die ganzen Bäume jetzt schon wieder sehe. Ich habe jetzt auch keinen Weg außenrum erkannt irgendwie. Ja, wieder eine... ...Folge... ...ääh... 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 ...so, ich sage nicht, ich muss da über die Felsen, damit ich da zu dem hochkomme. Mit einer Folge der nicht erledigten Arbeiten hier. Wir haben keine Missionen, äh... Wir haben den Burlack nicht aufgestellt gekriegt. Ich habe den Burlack nicht aufgestellt gekriegt. Ich habe den... ...den kleinen Tutz nicht abgeliefert. Ich hänge hier irgendwo in der Wildnis mit meinem Zix. Und habe gerade mal den ersten Punkt, oder naja, zwei Punkte erreicht. Wo zum Geier soll denn die Markierung sein? Da, okay. Ja, das sind so Missionen, äh... ...die mache ich eigentlich relativ ungern, weil die so viel Zeit fressen. Also zumindest, äh... ...ungern in der Aufnahme. Weil, wie gesagt, die fressen einfach so viel Zeit und, äh... ...mir kommt es dann immer so vor. Wow, wow, wow. Wie wenn gar nichts passiert wäre. Also während der Aufnahme zumindest. Außer hier... ...sinnlos zwischen irgendwelchen Bäumen rum zu... ...traxeln. Mit seinem Truck. Da bin ich nicht so der Fan von. Also lieber fahre ich irgendwelche Holzstämme oder so hin und her. Na, für die Mission, ähm... ...die sind jetzt hier mit dem, naja... ...knappe 20 Minuten unterwegs. So, da gibt es noch eine neue Aufgabe. Ja, wir sind hier knappe 20 Minuten unterwegs. Und ich bin gerade mal am zweiten Strommasten angekommen. So, das nehmen wir mal an. Ja, das Problem dabei ist dann... ...wir kommen halt mit den Missionen irgendwie gar nicht voran. Und ich habe noch, äh... ...vier Masten vor mir. Also ich würde sagen... ...unter einer Stunde... ...ähm... ...schaffe ich die Mission hier nicht. Also... ...es gibt bestimmt Leute unter euch, die machen das schneller... ...wenn einem anderen Truck oder wie auch immer. Aber... ...da gehöre ich nicht dazu. ...zu den Leuten, die das schneller machen. Weil so der... ...Kräg bin ich hier noch nicht. Und wie gesagt, ich kenne ja auch die Karte absolut gar nicht. Und... ...wenn man dann hier durch den Tiefschnee rumeiert... ...weiß ich nicht, mit was für einem Fahrzeug habt ihr das gemacht? Ich habe dir einen Scout genommen, habt ihr einen großen Truck genommen. Na, äh... ...zu spät... ...Mann! Ja, ich... ...irgendwie habe ich vermutet, dass das auch noch kommt. Tja... ...schön hier. Ist mein Fahrer abgeblieben. Ist der ausgestiegen? Keine Lust mehr, oder was? Vertritt sich die Beine, oder wie? Tja, hier mit der, ähm... ...ja, was soll ich sagen? Er liegt jetzt hier, und, ähm... ...ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Aber ich mache die Mission, glaube ich, ohne euch fertig. Diese vier Masten. Das dauert, äh... ...irgendwie sehr lange. Ich wollte eigentlich auch noch den... ...den Jeep da hinten mitnehmen. Der da steht. Das ist auch eine Mission. Wenn ich da soweit bin... ...ich wollte den eigentlich mit dem rausziehen. Ich weiß auch nicht, wie der See da aussieht. Wie man da rankommt. Ich schaue mir das, äh... ...einfach mal in Ruhe an. Und damit würde ich sagen, danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.